Wow, 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 jungs, erstmal relax ein bisschen, ich weiß, das Thumbnail vom Video ist ein bisschen heftig, aber relaxed erstmal ein bisschen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, mit Tashi 12, und ich bin so fucking hyped, dass ich endlich mal wieder meine Schnauze aufmachen kann. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, und wir haben uns hier getroffen, zu einem absolut beschissenen Grund. Und zwar habe ich mir die Dinge rausgesucht, die meiner Meinung nach in New World momentan am beschissensten sind. Und die werde ich euch jetzt näher bringen. Was ich euch aber dazu vorab sagen muss. Okay, ich weiß schon. Oh Gott, Junge, die Leute sitzen jetzt schon vorm Rechner und denken sich, Junge, ich werde die Tasche gleich so auseinandernehmen. Okay, relax, relax. Ja, ich habe New World sehr oft und sehr lange nach oben gehoben. I know, ich habe deswegen auch heute extra Ausschnitt, okay, damit man ein bisschen was sieht, nackte Haut, vielleicht lenkt euch das ab. Aber ich bin Streamer, ja, und ich bin eigentlich ein relativ ehrlicher Streamer. Und das wiederum heißt, dass ich die Dinge, die ich fühle und denke, auch sagen muss, okay. Das heißt, wenn es mir bei einem Spiel nicht so gut geht, muss ich das sagen. Und ich möchte hier wirklich, ich bitte euch um gar nichts. Also doch gleich um eine Sache, aber im Prinzip bitte ich euch um gar nichts, außer um eine Sache. Also zwei. Aber eine Sache jetzt. Bitte, wenn ich euch die Dinge, die ich hier schön in meiner Word-Datei zusammengetragen habe, gleich vorlese, bitte verfallt nicht direkt in Rage, okay. Die Dinge, die ich euch zutrage, sind nicht Fakten oder irgendwelche Totschlag-Argumente, die New World direkt scheiße machen. Es sind nur Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich nicht gut finde, okay. Das ist geisteskrank subjektiv. Und hier kommen wir auch direkt zum zweiten Gefallen. Wenn ihr mir mit irgendeinem Punkt zustimmt, haut mal in die Kommentare plus. Und wenn euch irgendwas sauer aufstößt, ja, also meine Frisur oder whatever oder halt vielleicht auch einer von den Punkten, dann haut das natürlich bitte auch in die Kommentare. Ich bitte immer um ehrliche Kritik. Und meine Damen und Herren, bevor ich jetzt ins Video reingehe, heilige Scheiße, ich bin so fucking motiviert. Wir werden am Samstag und Sonntag wieder streamen können. Junge, holy fucking shit. Samstag und Sonntag ab 12 Uhr. Ich hau euch den Link unter das Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Aber jetzt erstmal zu den wichtigsten Punkten. Ich habe sie hier aufgeschrieben, okay. Ich bin, wie gesagt, kein Mensch, der gut im Cutten ist und whatever. Deswegen machen wir das in einem fucking Turn. Das Ding trägt die Überschrift, das Schlechte an New World. Digga, es fängt schon an wie so eine halbe Fabel. Okay, 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 okay. Ich hab das jetzt in keiner Reihenfolge aufgelüstet. Ja, also es ist jetzt nicht das Schwierigste kommt zuerst und das Nichtschwierigste kommt zuletzt. Es ist einfach wild zusammengeworfen, was ich so mitbekommen habe, was ich mir so für Gedanken gemacht habe. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Ich muss von mir aus sagen, dass ich das Gefühl habe, beziehungsweise hatte, ich war jetzt zwei Wochen lang krank, ich habe zwei Wochen kein New World gespielt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt hatte, war es so, dass ich mich das Gefühl nicht verlassen hat, dass New World sich viel zu sehr auf den Release vom Spiel konzentriert hat. Ich habe so ein bisschen WoW-Classic-Vibes bekommen. Und zwar, was meine ich damit? Es geht darum, dass so sehr darauf geachtet wurde, wie funktionieren die Mobs in den Startgebieten, wie ist die Serverauslastung, wie viele Server können wir eigentlich bauen, damit Leute spielen können, die aber im Endeffekt niemanden mehr interessieren. Wisst ihr, was ich meine? Die haben im Nachhinein, glaube ich, 64 europäische Reams oder deutsche Reams, will da jetzt auch nicht Erbsen zählen, aber die haben im Nachhinein so viele Server gemacht und auf der Hälfte von denen spielt schon keiner mehr. Aber das war so deren Fokus. Wir müssen Server machen, wir müssen Server machen, wir müssen Server machen und es juckt kein Schwein, weil momentan sind, glaube ich, noch vier, fünf Server in Deutschland sehr bespielt. Und dann dieser Fokus. Warum finde ich das negativ? An sich ist da ja gar nichts Negatives dran, wenn man übermotiviert ist, etwas zu tun. Aber dementsprechend habe ich das Gefühl, dass dieser Fokus, der am Anfang kam, fehlt in den Late-Game-Gebieten. Wo habe ich das gemerkt? Ich war von Level 57 oder 58 bis jetzt 59 habe ich gelevelt in Brackwasser. Junge, hat mal jemand von euch in Brackwasser gelevelt? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Seien es die Fraktionsquests, die Nebenquests, die Townboardquests. Man macht ja eigentlich immer so Runden. Wisst ihr, ich meine, ihr sammelt Fraktionquests, Townboardquests, Nebenquests und dann dreht ihr eure Runde, nehmt das mit und gut ist. Ich schwöre euch, ich habe innerhalb von vier, fünf Stunden, die ich da war, nicht eine Runde gemacht, wo ein Quest nicht des Grauens verbuggt war. Und ich meine nicht so, dass da waren jetzt vielleicht ein Mob, ich habe den zu lange gesucht oder so einen Scheiß, sondern eher, der Quest ist unlösbar. Die Quest? Ey Jungs, komm! Ich bin lange nicht mehr da gewesen. Die Quest, der Quest, scheißegal. Ja, du kommst dahin und siehst auf einmal, dass auf einer Stelle, wo du eigentlich einen Piraten töten solltest oder vielleicht auch zwei, dass da auf einmal 200 Piraten stehen oder 150. Und du alleine, wenn du darüber nachdenkst, dahin zu gehen, schon durchsiebt wirst von Kugeln. Und das bei irgendwie jedem zweiten, dritten Quest. Dazu kommt, dass die Mobs irgendwie generell ein sehr, sehr buggiges Auftreten vorweisen. Also ich kann jetzt nur von Brackwasser sprechen, aber da war es geisteskrank schlimm. Wie die Mobs durch die Wände gekommen sind, von oben nach unten, wie die dich getroffen haben, obwohl du eigentlich hinter denen stehst. Und ich habe, wie gesagt, dieses Gefühl verlässt mich einfach nicht, dass zu sehr darauf geachtet wurde, dass zum Start alles gut wird und dann immer Stück für Stück was gemacht werden muss, obwohl die Sachen schon fertig sein müssten. Weil, ich weiß nicht, ob sie die Leute unterschätzt haben, die geisteskrank am Suchten sind, aber Bro, die Leute waren nach drei Tagen, 60, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Also das wäre mein erster Punkt. Ich habe das Gefühl, dass man in vielen Aspekten im Late Game das Gefühl hat, dass es nicht fertig ist. Punkt Nummer 1. So, Punkt Nummer 2. Mob-Varietät. Heilige Mutter Gottes. Wir brauchen den Punkt jetzt auch nicht geisteskrank zu strecken. Wir müssen jetzt auch nicht erklären. Ich glaube, alleine an dem Titel habt ihr schon verstanden, was ich meine. Bro, New World ist so ein facettenreiches und schön anzusehendes Game. Da finde ich, ist es ein absolutes Unding, dass du gefühlt von Level 1 bis Level 60 gegen die gleichen 3, 4 Arten von Mobs kämpfst. Bro, in WoW Classic hast du alleine im Menschenstartgebiet mehr Mobs oder mehr Mob-Verschiedenheiten als in ganz New World. Es sind entweder Piraten, untote, untote Piraten. Es sind Tiger, gestreifte Tiger, gelbe Tiger, blaue Tiger. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Du hast einfach in jedem Gebiet, wo du rumlungerst, das Gefühl, dass du nicht nach vorne gekommen bist, sondern immer auf der Strecke bleibst. Und ich finde, dass, ja, es gehört zu der Lore und dies und das, aber da hätte man schon vor allem von einem Levelbereich von 1 bis 60 um einiges mehr an Mobs machen können. Und ich glaube halt, dass man sich da so ein bisschen die Arbeit sparen wollte, weil sowohl die Untoten als auch die Piraten haben den gleichen Kampfstil. Falls euch das mal aufgefallen ist, wie die so die Waffen schwingen und springen und whatever. Das ist alles das gleiche Charaktermodel beim Fighten. Und ich glaube, dass man sich da einfach nur ein bisschen Zeit sparen wollte. Und das, finde ich, ist ein riesengroßer negativer Punkt, weil, wie gesagt, du kämpfst, du kämpfst, du kämpfst und es fühlt sich einfach so schnell, so wiederholend an. Da brauchen wir ganz viele neue Mobs, ansonsten macht Computerspielen keinen Spaß, okay? So, dann Punkt Nummer 3. Die Quest-Varietät, ja, so. Dazu muss ich sagen, dass meiner Meinung nach 50% des Verschuldens bei diesem Kritikpunkt sind auch die Spieler selber, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute den Überblick nicht haben über das, was man machen könnte, ja? Die Leute machen, also habe ich schon mitbekommen, dass die Leute entweder, yo, ich mache 3 Stunden am Stück Townboard oder ich mache 3 Stunden am Stück Fraktionsquest oder ich mache 3 Stunden am Stück das. Das addiert sich nicht. Ist klar, dass man da dann das Gefühl schnell bekommt, dass man immer nur die gleiche Scheiße macht, aber es gibt halt so viel zu tun. Du kannst ja Nebenquest, Hauptquest, Fraktionsquest, Townquest, du kannst Berufe machen, du kannst einfach nur grinden, Waffen leveln, all das bringt XP. Und ich glaube, daher die 50% von dem Eigenverschulden, wenn die Leute sich ein bisschen mehr mit der Sache auseinandersetzen würden, wäre es nicht so repetitive, wie es vorkommt. Aber jetzt die anderen 50%, es ist repetitive as shit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn die Leute sich mehr mit der Sache auseinandersetzen würden, wäre es nicht so beschissen wiederholend, aber es ist wiederholend. Und ich meine nicht unbedingt die gute Art und Weise von wiederholend, sondern es gibt ein relativ unbreites Spektrum an Aufgaben, die man erledigen sollte und die wiederholen sich legit alle 2-3 Quests. Alle. Und hier auch hätte man so viele Ideen unterbringen können, sei es irgendwelche Convoy-Quests, wo man jemanden beschützen muss, irgendwelche Quests draußen im Meer oder irgendwas mit... Ich glaube, da sind unseren Fantasien keine Grenzen gesetzt. Die Quests sind einfach nur sehr, sehr stumpf. Punkt Nummer 3. So. Ich möchte hier jetzt, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, ich ziehe meinen Ausschnitt extra nochmal ein Stück nach unten, damit man so ein bisschen meine Brüste sieht. Ich möchte hier jetzt auf einen Punkt hinweisen, für den ich wahrscheinlich den meisten Hate kriegen werde, den man sich vorstellen kann. Aber ich sag es. Okay? Ich bin wie I have a dream. Martin Luther King. Ich sag es. I don't fucking give a shit. Ich sag es. Der Fokus von dem Game liegt obviously im Late Game auf dem PvP. Ich weiß, es gibt viele Möglichkeiten, ja. Aber es ist alles so ein bisschen so konzipiert, dass es aufs Late Game, aufs PvP hinausläuft. Und hier möchte ich ganz vorsichtig durch die Blume anmerken, dass das PvP im Late Game absolut diabolisch, eklig, schlechte Scheiße ist. Heilige Mutter Gottes. Bro, die Clan Wars sind ein scheiß Witz. Also, World PvP funktioniert tadellos. Ich meine, wenn man dann Heiler dabei hat, ist unfair, aber World PvP funktioniert tadellos, ja. Aber, Junge, diese 50 gegen 50 Clan-Städteangreif-Verteidigungs-Wars, Digga, da kriege ich Metin-2-Flashbacks. Also, ja, es ist gut konzipiert und der Gedanke ist da, aber wenn man mal in den Zerg reingeht und da stehen sich wirklich 30, 35, 40 Leute gegenüber, Bruder, es passiert nichts mehr. Und bevor ich diesen Punkt in diesem Video nennen wollte, habe ich mir Streams angeguckt, weil ich dachte, das wäre nur bei mir so, ja. Vielleicht habe ich scheiß Internet oder whatever, aber da habe ich bei Shroud reingeguckt, bei, ähm, hier, Fextra Live, bei Danny, dieser Pirat, ich habe bei allen reingeguckt und im Prinzip ist momentan diese PvP-Schlacht einfach, der Skill befindet sich in der Vorbereitung und wer mit dem Leg besser umgehen kann. Und ich finde, das ist eine wirklich sehr, sehr düstere Aussicht für ein PvP-Endgame. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, da müsste man vielleicht seinen Fokus ein bisschen umschieben, dass man vielleicht doch sagt, in Zukunft geht New World eher auf PvE. Ich weiß nicht, ob durch Raids oder irgendwelches Mythic Plus-Gehabe, natürlich, das heißt ja Mutationen, glaube ich, bei New World, aber das ist nicht gut. Das ist wirklich absolut nicht nice. Und das vor allem nicht, wie lange hatte New World jetzt Produktionszeit, vier, fünf, sechs Jahre, I don't know. Äh, das als Endgame-PVP darzulegen ist scheiße. Fette Scheiße. So. Okay, das war einer der dicksten Punkte, aber die musste raus. Das musste raus. Das musste einfach raus. Ich habe das in mir drin. In mir drin. So, nächster Punkt. Ich finde, dass in New World das Transmoggen zu sehr eingeschränkt ist. Was meine ich damit? Ähm, einerseits kann man irgendwie die normalen Items, die man nicht findet, die man findet, nicht transmoggen. Also, du kannst nicht so einzelne Pieces, die du dir beim Leveln erwirtschaftest, nicht einfach transmoggen, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Und die Pieces, die du dann transmoggen kannst, wie jetzt zum Beispiel die Sachen aus dem Shop, die kann man nicht einfärben. Da dachte ich mir, warum macht man das dann überhaupt? Warum bringt man Transmogifikation ins Game, wenn es so eingeschränkt ist, dass man fast nur die Sachen transmogen kann, die man kaufen kann? Ihr versteht? Versteht ihr, was ich meine? Äh! Aber ist ja egal. Das ist für mich ein Minuspunkt. Ein kleiner, weil Transmog guckt mich gar nicht so sehr, aber es musste mal gesagt werden, okay? Ähm, hier muss noch gesagt werden, ich finde auch, dass man irgendeine Art von, äh, ja, Verkaufen einführen sollte. Ich meine, es muss, es muss jetzt nicht unbedingt so sein, wie bei WoW oder so, wo es Trader für alles drum und dran gibt, aber ich finde, dass man irgendwie, weil man halt in so vielen verschiedenen Städten und im Inventar immer irgendeinen Müll rumliegen hat, von dem man gar nicht weiß, dass er überhaupt existiert, dass man vielleicht irgendwo in der Stadt so einen Junk-Händler einführen könnte, wo man das Grobe oder das Unnötigste halt loswerden kann, weil so gar nichts zu verkaufen, ich verstehe den Hintergedanken, dass es animieren soll, miteinander zu interagieren, mit dem Aktionshaus und so, aber es passiert nicht. Also es passiert schon, aber nicht so sehr, dass es Sinn machen würde, keinen Trader drinnen zu haben. Deswegen auch noch ein negativer Punkt, definitiv, man kann einfach nichts verkaufen, Junge! Heilige Scheiße! Gut, hier habe ich noch einen Punkt. Content fühlt sich nach kurzer Zeit sehr ausgekaut an. Bruder, das habe ich jetzt in den letzten vier Punkten gesagt. Entschuldigung. Oh Gott, I'm fucking dying, aber ich arbeite schon wieder. Das nächste! Ein sehr guter Punkt, finde ich auch, und zwar das Bodyblock-System. Meine Damen und Herren, das Bodyblock-System. Ich finde, dass der Gedanke an sich, ich kann verstehen, warum der im Game ist, aber ich spreche, glaube ich, für viele Leute hier, die Instanzen gemacht haben, Dungeons, oder vielleicht mal in einem etwas engeren Pass gequestet haben, wenn du erstmal umzingelt bist von zwei, drei Mobs, und die schieben dich, wie bei so einer Vergewaltigung, hinten in die Ecke, und prügeln auf dich ein, es funktioniert, glaube ich, nicht ganz so, wie es intended ist. So der Bodyblock, ich kann das verstehen, das ist so ein bisschen realistisch, und man soll da ein bisschen gucken, dies und das, aber irgendwann spricht es einfach beim Leveln gegen dich. Also so wirklich, dass du nichts machen kannst. Und dann sitzt du in der Ecke und warf es einfach nur, bis du weggecoilt wirst, und du wieder hinlaufen kannst. Oder zum Beispiel auf der Kehrseite in der Instanz. Teilweise können die Leute kaum Schaden machen, weil man separiert ist durch einen Bodyblock. Und ich finde, Bodyblock ja, aber nicht bei eigenen Spielern. Nicht bei eigenen Spielern. Wenn es die Mobs sind, die Bodyblocken, gar kein Problem, dann kann man sich so um die Drum postieren, aber dass man sich gegenseitig im Weg steht, macht halt das Törchen für mich auf, wie soll man in dem Game raiden? Stellt euch mal vor, so eine Instanz, jeder von uns war schon mal drinnen, fünf Leute hacken da auf einen Boss drauf, und irgendwie piekt jeder seinen Frontmann ins Arschloch, und wie soll das aussehen bei 20, 30, 40 Leuten? Heilige Scheiße! Da musst du dich ja vorher hinsetzen und dir eine Taktik ausmalen, wo zum Fick wer zu stehen hat. Und das ist dann im Prinzip die Schwierigkeit vom ganzen Bosswein. Aber hier würde ich auch sagen, dass man vielleicht so ein bisschen gucken muss, wie man das anstellt, weil das funktioniert nicht ganz so gut. Und mein absoluter, schwierigster und beschissenster Punkt für ganz New World kommt jetzt. Okay? Und ich möchte, dass ihr mir das jetzt einmal ganz kurz, dass ihr mir zuhört und ich euer komplettes, ungeteiltes Interesse habe. Welcher Mensch kam auf die Idee, dass man in New World nicht schwimmen kann? Junge, wollt ihr mich eigentlich ficken? Bro, dann kommen immer irgendwelche lapidaren Eselbumser um die Ecke und sagen, ey Digga, ich sag dir ganz ehrlich, das ist realistisch. Du kannst ja nicht mit einer Plattenrüstung schwimmen. Aber wenn du dann für eine Quest auf den Mount Everest musst und mit 300 Kilo Plattenrüstung einen Körper machst, verlierst du nur 50% vom Leben. Erzähl mir mal einer die Scheiße. Und ich finde halt, das ist zu einem MMO, wo einer der größten Aspekte ist, die Dinge zu erkunden, wahrzunehmen, dass man da nicht schwimmen kann. Bro, es fühlt sich einfach wie so ein zusätzlicher Schwierigkeitsfaktor an, der nicht da sein muss. So, du bist am Questen, fällst irgendwo runter ins Wasser, du bist dead as shit. So, ansonsten, bei anderen MMOs, du fällst ins Wasser, vielleicht liegt da eine Truhe, vielleicht ist da ein Rare Mob, vielleicht ist das eine schöne Sache, die ich noch nie gesehen habe. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ich hoffe, ich bete dafür, dass in Zukunft daran gearbeitet wird, weil da versteckt sich so viel Potenzial, aber so wie es jetzt ist, dass man das Gefühl hat, dass man GTA Y City spielt. Sobald du ins Wasser fällst, bist du tot. Was ist das? Wir sind doch nicht mehr in 2006. Macht doch ein bisschen Schwimmen. Dann immer ein bisschen, stellt euch das mal vor, die Möglichkeiten, Unterwasser-Content, vielleicht Boot-Content, Tauch-Content, hallo? Das Geist ist krass. Okay, ich schweife schon wieder zu viel ab. Das sind meiner Meinung nach die schlechtesten Punkte an New World. Okay, ich habe es ungefiltert rausgelassen. Ich habe mir natürlich meine Stichpunkte hier gemacht, aber ich habe einfach alles rausgehauen, was mir das Game gerade nicht so schmackhaft macht. Aber, ihr sollt nicht verzagen, wenn ich das Video jetzt gleich beendet habe, schmeiße ich mich direkt an das nächste Video, denn da werde ich die positivsten Punkte zusammenfassen von New World, die mir das Game halt eben im Cash-Loss ultra schmackhaft machen, an denen ich finde, an denen man festhalten sollte, etc. pp. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur ganz kurz sagen, Dankeschön, dass ihr mir knapp 20 Minuten zugehört habt. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Denkt an die Streams am Wochenende und wenn ihr Bock habt, liked und kommentiert das Video. Jungs und Mädels, euer Mitashi12, ich küsse euer Herz, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Fucking love you, baby!